Lange Vorlesungszeiten, Hausarbeiten und wochenlanges Lernen für Klausuren. Marie ist Studentin und weiß, dass die Zeit in der Uni nicht nur Freizeit und Spaß mit Freunden bedeutet. Trotzdem studiert sie gerne, denn Chemie ist ihre Leidenschaft. Um die Klausuren bestehen zu können, besucht sie möglichst viele Seminare. In den überfüllten Vorlesungssälen bekommt sie meistens nicht viel von dem Professor mit. Mal redet er zu schnell, mal zu leise. Dazu tuscheln gefühlt tausend Studenten im Saal. Doch es scheint eine Lösung zu geben. Marie hat eine App gefunden, die ihr dabei helfen kann, dem Unterricht besser zu folgen. An der Uni Freiberg wurde die Anwendung MyTU entwickelt, die Studenten, wie Marie dabei helfen soll, ihren Professor zu steuern. Wenn Marie dem Unterricht überhaupt nicht mehr folgen kann, kann sie ihm ein Stoppschild schicken. Beim Blick auf das Smartphone weiß der Professor Bescheid, dass er das letzte Thema noch einmal erklären sollte. Wenn der Professor zu langsam oder zu schnell spricht, kann ihm das Marie mitteilen. Auch Maries Fragen bleiben nicht unbeantwortet. Ohne ihren Namen zu verraten, kann sie dem Professor diese über die Smartphone-App stellen. Denn wer hebt schon gerne im überfüllten Vorlesungssaal seinen Finger und sagt, dass er etwas nicht versteht? Marie ist jedenfalls zu schüchtern. Entwickelt wurde die MyTU-App von Studenten der Bergakademie Freiberg in einem Informatikkurs. Erst einmal ging es darum, eine mobile App zu programmieren. So entstand die Idee für eine Uniführer-App. Bislang ist die MyTU-App auch nur an der Bergakademie Freiberg verfügbar. Wenn Marie morgens aufsteht, kann sie zum Beispiel nachsehen, welche Vorlesungen heute anstehen, was es in der Mensa gibt oder ob ein bestimmtes Buch noch in der Unibibliothek verfügbar ist. Die Professorsteuerung ist ein zusätzliches Feature der App. Übrigens kann der Professor überprüfen, ob sich die Studenten auf dem Unigelände befinden, wenn sie ihm eine Nachricht senden. So sollen Scherznachrichten von außen verhindert werden. Marie braucht sich also nicht wundern, dass ihre Fragen nicht beantwortet werden, wenn sie diese von zu Hause aus losschickt.